So, da sind wir bei den letzten Monarchenaufgaben, nämlich, warte, ganz schnell, hier ist die von Sanctuary, die landen einfach mal hier unten, ich schätze mal, die ist genau hier unter der Brücke, ich habe selber, ich gucke selber nicht nach, ich markiere mir einfach den Ort und gucke einfach selber, wo sie ist, also eigentlich, ich gebe euch den Tipp, holt euch halt die Spider-Man-Geschichten und so könnt ihr das eigentlich am schnellsten machen, guckt halt, dass ihr so ein bisschen eine Route hinkriegt und so dürfte das eigentlich dann ganz einfach zu machen sein, wir gucken gerade mal, wie ich gesagt habe, unter der Brücke, wir gehen auch einfach nur unter die Brücke, holen uns das Level ab und in dem Sinne würde ich sagen, da ist schon mal jetzt, Dankeschön fürs Gucken, wie gesagt, hier unter der Brücke, ganz easy, einfach hingehen, zack und schon habt ihr es geschafft und in dem Sinne würde sagen, sehen wir uns auch gleich schon bei der nächsten Marke und haut herein.